Okay, das war die Waffe. Hier war Luft anhalten. So war Luft anhalten. Okay, R2 war Luft anhalten. Das war die Waffe ziehen. Was war denn nochmal Waffe aufnehmen? Nein! Ihr habt nichts gesehen. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich wollte nur wissen, was der Knopf macht. Ah! Da wie? Da wie? Da wie will ich nicht mehr mitspielen? Oh nein. Weiß nicht. Da wie? Ach, rausgeflogen. Ja, ja. Erzähl mal. Und warum bist du nicht... Was ist mit der Party? Party? Ach so. Ach so. Ja, stimmt. Ich bin ja in der Party. Ich bin ja in der Party. Ja, ich bin ja in der Party. Ja, ich bin ja in der Party. Wie hat die Party schon mit uns gehört? Ja, ich bin ja in der Party. Ey, das ist voll ungewohnt für dich. Oh, die haben... Ah, okay. So schnell findet man ein Wappenteil. Ein Wappen, Fragment. Nope. Hallo, motherfuckin. Jenga, dreh dich mal kurz um. Ja. Nein! Was ist denn schweig? Ja, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Oh, lauf, 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 weiter. Ich bleib einfach hängen. An nichts. Ich bleib an nichts hängen. Das war ein Schnaps. Oh, der ist ja aber noch hinter mir. Ähm, entschuldigen Sie, ich hab verstopfen. Tschüss, tschüss. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Tschüssi, Fofsky, Cinderella und so. Ich bin dann mal weg. Da steht einfach Hans-Dieter vor dieser Dreckstür. Weißt du, ich mach auf, ich will da durch. Er so, hallo, ich bin schon hier. Was ist das, was ich so gemacht habe? So, du bist weiter an dem Eingang. Da müsstest du zuerst dann und ich müsste dann als zweites. Ich bin zuerst dran. So, ich bin hier vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du arme Sau, ey. Lustig, lustig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ich telefoniere. Kann man hier nicht über... Hallo? Ich telefoniere vielleicht. Hallo? Irgendwo hier kann ich mich verstecken. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich bin doch gar nicht hier. Junge, du verstehst das nicht. Ich mach mal die Tür zu hier. Hältst du ja im Kopf nicht aus. Wo ist der Safe Room? Wo ist mein Safe Room? Safe Room? Safe Room? Da. Den nehmen wir. Alter, ich wollte doch nur mit meiner Alten telefonieren. Ich sag's ja. Ist, weißt du? Keine Intimität heutzutage mehr. Die Leute kennen keinen Anstand, ja? Ist da nicht zu fassen. Ich hab telefoniert mit der Alten. Die wollte mit mir reden. Die hatte wichtige Infos für mich. Und du, Kacklappen. Ja, du stehst vor meiner Drecksstür. Ich seh's genau. Verpiss dich. Ich heil dich, Geng. Geht's? Ja. Ah! Oh! Ja, ich hab schon gemerkt. Ich hab schon gemerkt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich verstehe das. Ich wär jetzt auch entrüstet. Es tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass sie da drin sind. Ich wusste nicht, dass gesetzt ist. Ich... Hallo? Ich bin in der Safe Zone. Ah, wo ist denn der Typ jetzt hin? Da war doch gerade ein Typ. Wollte mich verscheißern. Da war doch gerade ein Typ. Den mein ich. Den hab ich gesucht. Bist du Kacke? Also ich bin auch kein Fan von dir. Guck was. Ja, der hat getäuscht. Die hässliche. B. Tschüss. Kommen sie erst wieder, wenn sie meine Pizza haben, ja? Doppelt Käse, Salami und ich hab auch ne Stegen so ein bisschen... Hier, Tomate, Mozzarella, weißt du? Hau rauf die Scheiße. Dann kannst du wieder rankaufen, Meter. Ja, solange chill ich hier meine Base. Hör ein bisschen Musik, bin ganz entspannt, werde eine Weile in dieses Neonlicht schauen und dann sehen wir weiter, ja? Das klingt doch nach nem Ferndeal. Komm, dann verzeih ich dir vielleicht auch, dass du mir auf die Fresse gehst. Können wir uns darauf einigen, bitte? Wo ist meine Pizza? Es ist einfach nur eine... AHHHHH! Kollege! Wie? Nicht schüssen! Ich bin gar nicht da. Ignoriert mich doch einfach. Warum seid ihr so aggressiv? Alter, nimm doch mal deine Pillen. Wieso renne ich weg, wenn ich trotzdem aufs Maul kriege? Ich frag ja nur. JAHHA! Wann doch mal weiter, Junge! JAH! Ja, hier ist Safe-Root-Schüssel. Oh, natürlich ist das eine Pfütze. Natürlich kriege ich deswegen kein Fast-Walt. Ohohoho. Naja, war ein Easy-4K für ihn. JAHHA! 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 Wo ist das Gesicht? JAHHA! 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 Ja, ich würde das auch blöd finden Also alle Leute, die sich während der Corona-Zeit über Masken beschweren, ja, guckt euch den an Das ist ein Vorbild für die ganze Menschheit, ja Der schützt euch nicht nur vor seinen Viren Der schützt euch auch noch vor seiner Hackfresse, ja So macht man das So gehen wir zukünftig alle raus In 100 Jahren dann, wenn Corona 2.5.0 da war, dann Ganzkörperanzüge Nein Hallo Bleib drin, bleib drin Nein, 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 nein Nein, nein, nein Ja, 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 ja Nein, 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 oh mein Gott Geh weg, gehen sie weg Hier gibt es nichts zu sehen Geh weg Ist das noch nicht, oder? Das muss geklippt werden Moment, ich verstecke mich mal kurz in einem anderen Schrank It was at this moment that he knew He fucked up Ich hab der Tat Der Tat geht zurück Nein, nein, nein Der Krien sch- Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, 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 oh das machst du falsch diese eine rabentür wo die musikpumpe hinter hinter ich habe ein bisschen angst leute ich glaube ich weiß jetzt wenn wir in den keller oh mein gott jetzt geht er sagt dankeschön ich will nicht im dunkeln spielen ich brauche einen schrittmacher oder nevalium oder bei schweb er hat sich versägt ok tschüss ja tschüss Opa, bin ich seines Anblickes nicht lustig oder was? Opa, du verstehst das nicht! Opa, hab doch Mitleid! Ich bin farbig, ich hab's total schwer im Leben! Guck mal, nehm die Hände! Opa, ich bin das nicht! Opa, ich bin das nicht! Können wir nicht da rüber reden? Oh, tschüss! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Mama! Dass die einen mal blockieren können! Ich bleib schon wieder hängen! Ich kann da nicht langlaufen! Lass mich doch! Lass mich doch vorbei! Lass mich vorbei! Der bleibt hier immer an nichts hängen! Ich kann hier nicht lang! Ich kann da halt nicht lang! Ich kann da nicht lang! Ich kann da nicht lang! Ähm, ich hör euch! Bist du in der Nähe vom Keller? Na, ich hab jetzt hier einmal... Lila, du kommst zu mir! Kommst zu mir! Kommst zu mir! Ich muss jetzt! Sorry! Mein Chat ist fast mäßig! Opa, Lila! Ich bin fast tot! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hab keine Ahnung! Ich hab ihn nicht mal gesehen! Ich genese mich jetzt hier einfach mal rein! Kann ich da hinten hin? Ist der in den Wald gegangen? Oh, du Scheiße! Ich bin weg! Alter! Meine Fresse! Alter! Ich kundige! Was ist das? Was? 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 Dass der Hit noch durchgegangen ist von mir! Oh! Ich kann noch mal in den Raum gehen! Von hier! Das ist sehr interessant! Oh mein Gott! Alter Schwede! Danke schön! Oh Gott! Gott! Natürlich! Das Telefon ohne Kabel klingelt!